So, liebe Fitnessfreunde, jetzt gibt es mal wieder eine Männerübung für euch. Für die Oldies, so wie mich, oder auch für diejenigen, die noch ganz jung sind, einen schönen Unterarm zu haben, der ein bisschen muskulös aussieht, wenn man kurze Ärmel trägt. Das ist doch für jeden spannend und interessant. Und ich zeige euch, wie man mit solch einer kleinen Hantel richtig tolle Unterarme schon trainieren kann. Schritt für Schritt natürlich, auch da müssen wir das Gewicht erhöhen. Aber schaut mal, eine Übung, ihr packt die einfach so von oben und zieht dann immer hier das Handgelenk nach oben. Und seht auch dann, wo es wirkt für die ganze Oberseite hier. Aber genauso kann man natürlich auch so halten. Und dann immer nach oben ziehen. Hier diese Bewegung machen. Und dann haben wir den nächsten Weg, dass wir so abknicken nach oben. Hier haben wir auf der Seite auch gezeigt. Ja, bei mir ist der rechte Unterarme etwas dicker. Und natürlich müssen wir auch diesen Weg hier nehmen, wobei dafür ist diese Handel tatsächlich etwas leicht. Da brauche ich tatsächlich etwas mehr. Aber wenn man hier 20 oder 30 Wiederholungen von macht, dann sieht das natürlich auch schon gut. Ja, es sieht nicht so schnell gut aus, aber man merkt, dass da Bewegung drin ist. Also die verschiedenen Winkel hier nach oben. Die Hand bewegen. Genau. Und diese Bewegung dann andersrum hier nach oben bringen. Richtig. So funktioniert es. Und die könnt ihr auch noch machen hier. Die wird dann noch, die wird schon mit 3 Kilo etwas schwer sogar. Also viel Spaß dabei. Und los geht's. Sagt euch, sagt doch mal in den Kommentaren, wie euch das gefällt. So geht's. So geht's. So geht's.